Der FC Bayern, das habe ich ja schon gesagt, ist in der glücklichen Lage, alle Feldspieler gesund zu haben. Und da man weiß, dass der FC Bayern versucht, immer die besten Spieler zu verpflichten und wir haben fast nur Nationalspieler, dann ist es natürlich klar, dass wenn ich Optionen habe, vorne zum Beispiel auf den Außenpositionen gibt es vier Spieler, ja, dass der ein oder andere mal zuschauen muss, dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er in solch einem Spiel nicht von Anfang an spielt. Das ist doch ganz normal und da habe ich auch vollstes Verständnis für. Nur ich muss das Ganze managen und ich bin für alle Spieler verantwortlich und deswegen mache ich das, was ich für richtig finde und das hat auch jeder zu akzeptieren und Punkt. Er ist ein Spieler, der in unserem System ganz wichtig ist, weil er macht auch manchmal aus dem Nichts, wie zum Beispiel das 1 zu 0 Tore oder das andere, was er macht, wo wir das vertikale Spiel gespielt haben und wo er dann mit seiner Spritzigkeit, Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit eben am richtigen Ort war. Und das macht ihn eben, ja, so unverwechselbar, weil das ist eben Müller. Er kann es.